Die ganzen Zahlen kannst du sehen als eine Erweiterung von den natürlichen Zahlen. Ist auch ganz logisch, denn wenn man erstmal damit angefangen hat zu zählen, was man besitzt, ein Schaf, zwei Schafe, drei Schafe und so weiter, dann fängt man auch ziemlich schnell damit an zu zählen, was man nicht hat oder was man gerne hätte beziehungsweise wenn man das Spiel weiter treiben möchte, was man anderen Menschen schuldet. Sagen wir zum Beispiel, ich schulde einer Person ein Schaf, besitze dieses Schaf aber nicht, dann könnte man auch sagen, ich besitze minus ein Schaf oder sagen wir, ich schulde jemandem zwei Schafe, besitze sie aber nicht, dann könnte man sagen, ich besitze minus zwei Schafe und auch hier lässt sich die Zahlenfolge bis in die Unendlichkeit fortsetzen. Das Zeichen, das hier vor der Zahl steht, das ist ein Minus und drückt einfach nur aus, dass die Zahl negativ ist, also das Gegenteil von dieser positiven Zahl. Die einzige Zahl, die weder positiv noch negativ ist, ist die Null. Die Ordnung von all diesen Zahlen ist genau, wie ich es hier aufgeschrieben habe, von links nach rechts. Also das heißt, eine Zahl, die weiter links steht, sagen wir minus fünf, ist kleiner als die minus zwei, also eine Zahl, die weiter rechts steht. Und die Zahl ist kleiner als die minus eins, die minus eins wäre kleiner als eine eins, die eins ist kleiner als eine vier und so weiter und so fort. Wenn man jetzt all diese natürlichen Zahlen erweitert, um diese ganzen negativen Zahlen hier, dann hat man die ganzen Zahlen und das Symbol dafür ist ein Z. Interessanterweise ist dieses Z, das kommt von dem deutschen Wort Zahlen und wird in der ganzen Welt verwendet. Manchmal macht man auch noch so einen Strich hier durch für die Optik, aber auf jeden Fall sollte hier so ein Doppelstrich sein, genau wie auch bei diesem Symbol für die natürlichen Zahlen. Also die ganzen Zahlen beinhalten die natürlichen Zahlen, aber haben noch unendlich viele weitere. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich zufällig demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere Online-Kurse von mir zur Klausurvorbereitung verlinkt, mit denen schon mittlerweile über 3000 Studenten ihre Prüfungen bestanden haben. Wenn dir das Video weitergeholfen hat oder du möchtest, dass in Zukunft weitere Content erscheint, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonniere den Kanal. Danke dir.